und damit herzlich willkommen zurück zu bevor wie lief weiter geht es mit unseren vier schönen wunderschönen planeten wo willst du hin du reist zu 3 du bist am laden du wartest auf stahl dann gehen wir dahin gehen wir mal auf planeten 2 dann gucken wir mal hier hier bräuchten wir noch ein reiniger könnte ein dahin setzen ein dahin und ein müssten wir dann hierhin setzen das heißt den müssten wir fällen die müssen wir fällen bewegen planet 4 so reiß ab das dinge da reiß es ab ja genau weg damit dann haben wir die zwei reiniger du keine ressourcen keine baumwolle mensch hatte ich hier mit den tierchen kein lagerplatz was können wir denn da reinpacken baumwolle wolle von der warenliste nee 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 warte mal was stellst du denn her wo stellst du wolle her dann lass mich doch mal gucken wo ist denn dein problem ach der nimmt nur baumwolle warum nimmst du denn nur baumwolle und keine schafswolle weber rei wo ist meine schneiderei entdecker hütte schule habe ich hier keinen schneider weber rei schneiderei stellt neue kleidung aus stoff her habe ich keinen schneider bauen wir den dahin bauen wir den dahin dann könnten wir ja hier eigentlich hingehen und die entdecker hütte abreißen weil die insel ist ja leer und schuss so dann hatten wir dann hatten wir dann hatten wir du bist da bewegen auf planet 2 ansicht ansicht was hatten wir hier da haben wir das 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 du bist voll noch nicht ganz noch nicht ganz dann könnten wir hier 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 wollte man die elektronik noch da abbauen da wollten wir die elektronik noch abbauen stahl und werkzeug für da brauchen wir ok haben wir stahl und werkzeug hier wobei hier könnten wir mal die blaue einsammeln stahl habe ich werkzeug habe ich auch fahr mal hier rüber alles entladen dann nimmst du mit stahl 10 werkzeug 10 da haben wir JFK dann können wir das nämlich rüberbringen die ich glaube wenn wir hier noch einen paar computer brauchen wir dann da alles entladen so dann kannst du hier laden elektronik ein Dauert zwar jetzt, aber ist egal. Elektronik da. So. Bauen wir den da hin. Oh, hier können wir auch noch einen Aufzug hinbauen. Direkt am Lagerhaus. Wäre eine Möglichkeit. So. Bauen wir da noch einen Aufzug hin. Glas. Da hätten wir dann zur Not auch noch Elektronik. Aber wir machen erstmal hier. Wir machen erstmal hier. Lagerkapazität. Wird Elektronik gesammelt? Nein. Das können wir auch noch reinpacken. Du kannst Elektronik nicht hinzufügen, da nur 10 verschiedene Ressourcen gelagert werden können. Ja, schön. Danke. Ja, kein Wunder, dass das nicht funktioniert, ne? Dann können wir aber da blau transferieren. Da können wir alles entladen. Dann können wir da auch blau, ne? Wobei die könnten auch so zurückschicken. Den schicken wir so zurück. Dann gucken wir mal hier, was wir hier machen können. Auf unserem schönen kleinen blauen Planeten. Ja. Das könnten wir eigentlich reparieren. Wir haben das, das, das. Was fehlt uns hier? Lass uns gucken. Wir haben ein Holzkraftwerk. Wir haben eine Werkzeugschmiede. Wir haben eine Eisenschmiede. Jetzt fehlt uns noch eine Glashütte, ne? Eine Glashütte. Eine Glashütte. Glashütte. Können wir da hinbauen. Dann haben wir den auch. Da ist das Lagerhaus. Stahleisen. Das können wir da reinpacken. Sand können wir da reinpacken. Damit die ganzen Ressourcen mal darüber gehen. Damit die mal alle darüber gehen. Dann könnten wir hier noch eine Raffinerie hinbauen. Da fehlt Elektronik. Wolle können wir hier auch nicht anbauen, ne? Hier konnten wir, genau. Hier konnten wir ja gar nichts anbauen. Stimmt ja. Ich erinnere mich. Hier kannst du ja gar nichts anbauen, weil nichts da ist. Jetzt ist die Frage. Welche Insel benehmen. Können wir eigentlich nur die hier nehmen, ne? Zum Besiedeln. Weil hier alles ist. Da ist auch noch grün. Kannst du im Grunde. Müsstest du da an. Ja. Müsstest du da anlegen. Dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch. Kolonieschiff. Du bist da. Dann nimmst du von da Gemüse und Obst brauchen die. Gemüse und Obst. Gemüse. 30 transferieren. Obst. 30 transferieren. Was nehmen wir noch mit? Können wir die Mahlzeiten noch mitnehmen? Ja. Nehmen wir noch Mahlzeiten mit. Nehmen wir noch Mahlzeiten mit. Transferieren. So. Ansicht. Dann brauchen die. Mehl haben die jetzt hier, ne? Habe ich gesehen. Mehl ist da. Die bräuchten nur noch eine Bäckerei. Die brauchen hier nur noch eine Bäckerei. Bauen wir das da hin. Da geht nicht. Bauen wir es da hin. Dann bauen wir es da hin. Was ist das? Entdeckerhütte, ne? Haben wir hier noch blau? Ja, blau haben wir noch. Also müssen die da noch sammeln. Bewegen. Dahin. Die Zufriedenheit deiner Bürger. Nur wegen des Dings hier, ne? Egal. Egal. Kann ich mit leben? Kann ich mit leben? Kann ich mit leben? Da könnten wir doch hier hingehen. Elektronik, elektronik, elektronik. So. Ne, du, das sollst du ja. Die Gewünsche. Ja. Das soll raus. Und dann sollst du das hier hinbringen, ne? Ich habe keine Ahnung, 99 oder so. So. Dann müsste der doch jetzt. Müsste doch jetzt automatisch gehen, oder nicht? Müsste das doch dann einfach rüberbringen. So. Du bist da. Alles entladen. Der Pandora ist fertig. Die Pandora. Du bist auch. Ach, du bist da. Dann alles entladen. Dann nimmst du von da. 20 davon. 20 Äpfel. Brot nicht. Aber Mehl kannst du mitnehmen. Milch kannst du auch mitnehmen. Dann können wir das nämlich auch hier hinbringen. Du kannst von hier die blaue Forschung mitnehmen. So. Dann ist das nämlich auch. Du bist voll. Darüber. Bewegen. Darüber. So. Du wirst beladen. Ansicht. Wo ist man? Wo will ich hin? Wo will ich hin? Wobei die Insel ist auch schön groß. Und dann würde es auch grün geben. Aber wir nehmen zuerst die andere Insel. Hier. Diese hier. Wir nehmen zuerst diese. Es ist nur die Frage. Auf welcher Seite gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Ich würde hier, ne? Dann könntest du mich da reinbauen. Ja. Dann ist auch schon eine Insel. Ist das? Wald. Wald. Ich vermisse den Wald. Ja. Weg. 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 Alles raus hier. Du hast eine Insel mit Katzen und Hunden besiedelt. Zur Feier dieses Ereignisses kannst du ab sofort Ziergebäude Park errichten. Ja, sehr schön. Ich will aber zuerst mal hier erkunden. Geh mal gucken. Geh mal gucken. Der Mensch kommt und zerstört alles. Ah, sehr schön. Keine Bürger. Hallo. Hier. Erkunden. Geh doch mal einer dahin. Erkunden. Dann bauen wir hier die Entdeckerhütte hin, würde ich sagen. Dann ist sie auch direkt am Hafen. Dann bauen wir hier Häuserschen hin. Was können wir denn hier bauen? Gemüse. Hier können wir auf jeden Fall schon mal Gemüse anbauen. Dann ist das schon mal gut. ein Brunnen. Einen Brunnen. Gemüse. Der Mensch kommt und zerstört alles. So, das haben wir, das haben wir. Dann ist das andere Raumschiff da. Das wird beladen. Das ist voll. Alles entladen. So, dann kannst du wieder da runter fliegen. Du bist da. Alles entladen. Dann kannst du flieg mal zu drei. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier weiterkommen. Verbessern können wir nicht. Plötzlich spricht die uralte Ruine, die deine Bürger gerade untersuchen, mit einem schrecklichen Krachen in sich zusammen. Eine riesige, metallende... Bitte... Hallo. Eine riesige, metallende Bieste bricht aus den Trümmern hervor. Deine Bürger können gerade noch die Bezeichnung M1N0TR an ihrer Seite erkennen. Bevor sie vorlangen. Erforsche den Übungsplatz, um Kämpfer auszubilden, die den Minotaurus besiegen und deine Bürger beschützen können. Sag mal, bist du doof? Lass meine Bürger in Ruhe. Nein. Also nein. Jetzt muss ich... Ja. Planet 2, ne? Forschung. Bibliothek. Übungsplatz. Da. Fehlt mir rote Forschung. Ja, danke. Logisch fehlt mir rote Forschung. Wo kriege ich denn jetzt rote Forschung her? Welcher Planet hat rote Forschung? Der. Das ist gut. Du pflegst zum Kachelplanet. Okay. Dann müssen wir in die rote Forschung da runter kriegen zum Planet 2. Damit wir da dann den Übungsplatz besiegen, ähm, erforschen können. Andere. Ah, ne, 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 ne. Der Minotaurus ... In die Wildnis geflohen ... Ja, der wird wiederkommen! Der wird wiederkommen. Wo ist der Eierkopf? Da! Z cach dö shields! Ne, ne, ne !